Was geht ab meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 30.300 US-Dollar. Wir haben die 30.000er Marke nachhaltig jetzt erst einmal geknackt. Wir sind gestern bis auf 30.800 US-Dollar gekommen und Bitcoin scheint einfach nicht korrigieren zu wollen. Trotzdem kommen langsam so die ersten Anzeichen, wo man jetzt ein bisschen vorsichtig sein sollte. Geben wir jetzt alles ein bisschen näher darauf ein. Wir werden uns natürlich auch Ethereum angucken, der jetzt deutlich mal nachzieht und wir werden auch einmal einen Blick auf die Bitcoin-Dominance angucken. Die haben wir uns gestern im Livestream schon mal angeguckt, nur ich dachte, wir bringen das jetzt heute auch mal so ein bisschen ins Video rein. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir direkt rein. Lasst dem Video schon mal gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich gerne in die kostenlosen Telegram-Talk- und Signalgruppen reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News, Signale etc. kommt da gerne rein. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Natürlich alles komplett for free. Und heute Abend, ich weiß es noch nicht ganz, vielleicht um 19 Uhr Livestream. Ich kann es noch nicht zu 100%ig sagen. Ich werde euch da aber auch nochmal vorher auf jeden Fall Bescheid geben und dann die Links auch in die Telegram-Gruppen posten auf jeden Fall. Und die Highlights aus dem Stream von gestern werden jetzt im Laufe des Tages auf dem Zweitkanal hochgeladen. Link ist auch unten in der Videobeschreibung drin. So, jetzt aber genug Werbung gemacht. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein in die Analyse. Bitcoin, wie gesagt, bei 30.300 US-Dollar. Wir haben gestern, wie gesagt, nochmal so einen ordentlichen Push in Richtung knapp 30.800 US-Dollar bekommen mit sehr, sehr viel Handelsvolumen. Das passt auch alles sehr, sehr gut. Also der Trend ist auf jeden Fall intakt. Nur so langsam geht jetzt hier ein bisschen das Volumen raus. Wir haben gestern Pole-Reden gehört, der sich einerseits positiv natürlich zu Krypto einerseits geäußert hat, Stablecoins als eine Form des Geldes angesehen hat und Kryptowährungen standhafter sind als geglaubt. Also ist jetzt nicht wirklich negativ. Trotzdem, die Aussichten auf zwei weitere Zinserhöhungen sind da, was jetzt die Märkte nicht unbedingt so positiv lässt. Also wir haben Gold auf jeden Fall, was deutlich unter die Räder gestern geraten ist. Nochmal so auf 1.919 US-Dollar. Dow Jones jetzt auch langsam so ein bisschen im Korrektur-Modus, wer sich an den Wochenausblick erinnern kann. Hier unten ist unsere Long-Zone derzeit zumindest. Und das war auch so ein bisschen der Plan. Also Korrektur überall gerade ein bisschen. Nasdaq ein bisschen am schwächeln. S&P 500 ein bisschen am schwächeln. Aber das waren alles so die Prognosen, die wir letzte Woche auf jeden Fall hatten. Und das könnte natürlich auch dazu führen, dass Bitcoin und Krypto jetzt auch langsam aber sicher mal so ein bisschen so in seine ruhigere Phase wiederkommt. Zumindest seitwärtsphase, bevor wir dann eine Korrektur sehen könnten. Die Bitcoin-Dominance, wenn wir uns die jetzt gerade mal anschauen, wir gehen dafür aber mal ganz kurz auf den Daily-Timeframe. Dort sind wir jetzt auch langsam in so einem Widerstands-Cluster angekommen. Also nachdem wir hier jetzt ausgebrochen sind, ewig aus dieser zwei Jahre andauernden Seitwärts-Range. Schönes Breakout, schön impulsiv. Sind wir jetzt hier oben im Widerstandsbereich zwischen 51 und 52 Prozent. Wir haben gestern schon ausführlich darüber gesprochen, dass hier jetzt eine Konsolidierung beziehungsweise ein Dump in den nächsten Wochen, Monaten folgen könnte, bis wir nochmal diese Range bei ungefähr 49 bis 48 Prozent testen. Wäre positiv für Altcoins. Heißt aber nicht unbedingt, dass Bitcoin jetzt phänomenal noch ansteigen müsste. Nur mal so am kleinen Rand hier nebenbei. Auf Daily-Sicht ist das Volumen weiterhin immer noch nicht so wirklich geil, aber wir haben es gestern auch schon darüber gesprochen, es muss auch nicht mega geil sein. Wenn das alles Spot-Käufe sind, darauf deutet zum Beispiel auch hier Open Interest und sowas, können wir uns auch mal ein bisschen angucken, habe ich mal ein bisschen rausgesucht. Also es kommt schon sehr viel Open Interest rein, also wir haben hier auch keinerlei Divergenzen, derzeit sehr, sehr viel Volumen. Long Liquidität ist es eher weniger, weil die Funding-Rate auch ziemlich, sag ich mal, neutral gehalten ist. Klar, Funding ist positiv, das ist klar, aber es ist trotzdem immer noch absolut im Rahmen. Also es wird hier auf jeden Fall davon ausgegangen, dass diese ganzen Käufe auf jeden Fall Spot-getrieben sind oder sehr, sehr zum großen Teil zumindest Spot-getrieben ist. Die einzigen Sachen, die halt momentan ein bisschen stören, da haben wir auch gestern schon den Artikel mal durchgelesen, zum Beispiel von der FAZ hier. Deutsche Bank, Grayscale, Fidelity und der Broker Charles Schwab haben eine neue Digitalwährungsbörse EDX Markets gestartet, genau da, wo eben Binance komplett unter Druck geraten ist. Sorry, wenn das jetzt gerade so viel News-Input ist, aber finde ich halt so ein bisschen ein wichtiger Thema, um auch mal ein bisschen außerhalb dieser Bubble mal ein bisschen so zu gucken, wie so die News-Lage ist. Deutsche Bank natürlich auch, was da jetzt ein bisschen, gestern auch schon Artikel, wo natürlich auch beim Deutsche Bank, da könnt ihr gerne mal nachgucken, vielleicht suche ich euch den Artikel später auch raus, Deutsche Bank und so, die dann sagt, nee, nee, kauf dir aber bei der Deutschen Bank, nicht bei Binance und sowas. Also da spielt schon sehr, sehr viel gegen Binance rum und es hat auch sehr, sehr gut gepasst. Und jetzt zu den letzten Tagen, schönes, impulsives Breakout, keine Frage. Ziel, sag ich mal, von diesem Downtrend oder von diesem Trendkanal erst einmal nach oben hin erreicht. Das Volumen, klar, ist noch nicht so wirklich Bombe. Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt und auf einen 1-Stunden-Timeframe, wie gesagt, kommen wir zu langsam in, sag ich mal, schwierigere Gefilde. Die Marke von 32.400 US-Dollar ist so dieser Knackpunkt, den wir ja schon seit ein paar Monaten immer wieder gesprochen haben. Da müssen wir drüber kommen, um wirklich mal in einen Bull-Mode zu kommen. Ansonsten könnte das Ganze jetzt auch erst einmal für einen Retest bis auf ungefähr 27.000 US-Dollar sorgen. Ich bin weiterhin long. Ich werde die long auch weiterhin offen lassen. Ich habe es hier nicht zugemacht. Ich habe immer noch ein bisschen Profite genommen, aber ich werde die offen lassen und hoffe weiterhin auf einen WIG bis ungefähr 27,7 bis ungefähr 27K. Wir haben hier das Golden Pocket von dieser gesamten Aufwärtsbewegung, von unserem Tief bis zu unserem derzeitigen Hoch. Muss man natürlich auch dazu sagen, derzeitiges Hoch. Wir wissen nicht, ob heute noch mehr Pump kommt. Wir haben aber schon wieder Donnerstag und normalerweise, wenn wir uns jetzt mal hier wieder die Psy-Range angucken, kommen wir meistens dahin zurück, wo die Woche begonnen hat. Und nachdem die Woche so impulsiv war, kann ich mir jetzt sehr, sehr gut vorstellen, auch, wir kriegen jetzt auch so langsam ein paar blaue Vector-Candles rein, so haben wir ja gestern schon mal drüber gesprochen, dass wir früher oder später auch die Reise hier wieder zumindest so stepweise nach unten hin zurückgehen und dann auch unseren Retest Richtung 27.000 US-Dollar auf jeden Fall bekommen. Also die Confluence in diesem Bereich ist halt da. Downtrend, Trendkanal, Breakout, sage ich mal, was wir hier auch noch gesehen haben und wir haben hier einige Ineffizienzen, die durch den Pump entstanden sind. Also es würde mich nicht wundern, heute im Laufe des Tages, das wird dann im Endeffekt oder morgen oder einfach die nächsten Tage, ich will mich da jetzt nicht zeitlich festnageln, dass wir jetzt einfach so eine Bewegung dann sehen, wie wir es ja eigentlich öfter sehen, so am Richtung Ende der Woche. Einfach mal ein bisschen im Blick behalten, Open Interest, wie gesagt, alles noch schön gut, RSI ist halt komplett auf jedem Timeframe absolut übergekauft, also wir sind komplett im überkauften Bereich trotzdem, das Volumen spricht einfach andere Wellen, sage ich mal, momentan, es ist zu viel Volumen, um hier irgendwie einen gescheiten Short zu setzen, das Risiko möchte ich auch ehrlich gesagt nicht eingehen, ich warte jetzt auf die Korrektur, um einerseits vielleicht noch mal sogar ein bisschen Spot zu kaufen, andererseits aber auch den Trade dann, wieder zu vergrößern. Ansonsten gibt es eigentlich wenig zu sagen, wir können noch mal ganz kurz auf die größeren Timeframes reingehen, ich habe gestern auch schon im Livestream dazu gesagt, für mich gibt es eigentlich momentan nur zwei Szenarien, entweder wir brechen die 32, 4 und gehen Richtung 40k, es ist eine Möglichkeit, das heißt jetzt auch nicht, dass es hier ultra bullish hier oder ist, oder hier Moonboy werden möchte, es ist eine Möglichkeit, das hatten wir damals hier, diesem Szenario auch schon, da hatten wir auch so einen hohen RSI und sowas, also man muss jetzt schon langsam ein bisschen aufpassen, was man hier sagt, ich will jetzt auch hier kein Fobo oder sowas verbreiten, 32,4 müssen fallen, vielleicht sogar am besten auf Weekly, dann sind 40k drin oder sogar höher, da weiter möchte ich jetzt erstmal nicht sprechen, werden wir jetzt hier rejected, können wir auch so eine Art Doppeltop haben und das wäre dann das Worst Case Szenario Richtung 20k, auch hier erstmal, wir gehen hier Step by Step, sollten die 27k halten, dann gehe ich stark davon aus, dass wir zumindest nach oben hin ausbrechen werden, aber kurzfristig, wir haben keine Bearish Divergence auf den 1 Stunden Time, wir brauchen dafür noch ein höheres Hoch, kriegen wir jetzt hier eine längere Konsolidierungsphase, bei gehe ich trotzdem davon aus, dass wir erstmal so eine kleinere, größere Korrektur auf jeden Fall nach unten hin kriegen und das Golden Pocket ist auf jeden Fall das Ziel, So, dann gehen wir rüber zu Ethereum, Ethereum hat einfach weiter durchgeballert, haben wir auch gestern schon mal drüber gesprochen, was so die Szenarien sind im Livestream für die nächsten Tage, wir haben ein höheres Hoch auf 1 Stunden Basis bekommen und auch diesen WIG hier oben auch erstmal drüber geschlossen, also es ist schon mal ein gutes Zeichen, Ethereum holt jetzt ein bisschen auf, natürlich werden wir jetzt hier drüben sehen, Bitcoin im Gegensatz zu gestern 1%, die Altcoins ziehen deutlich, deutlich hinterher, hat natürlich dann das auch wieder mit der Bitcoin Dominance zu tun, wo ich gemeint habe, wenn die Bitcoin Dominance fällt Richtung 49%, wäre das nicht bearish, könnte einerseits bedeuten, okay, die Altcoins ziehen ordentlich nach, die jetzt deutlich, deutlich mehr aufzuholen haben, das muss man natürlich auch dazu sagen, sowas wie Ethereum zum Beispiel, ist einfach noch nicht so weit wie Bitcoin, hier haben wir jetzt gerade erstmal das Breakout gesehen, aus unserem Downtrend, beziehungsweise aus diesem Trendkanal und auch hier könnte früher oder später eine Korrektur anstehen. Wenn wir mal ein bisschen ins Reihen zoomen, haben wir hier eine Bearish Divergence, nein, wir bilden auch im RSI weiteren höhere Hoch, wir sind beim 82er RSI auf dem 1 Stunden Time, da waren wir auch schon höher bei Bitcoin, also das heißt noch nicht, dass jetzt hier auch eine fette Korrektur kommt, aber so wie wir jetzt momentan alle Level rausnehmen und sollte das auch weiterhin der Fall sein, also sobald wir hier jetzt drüber gehen, über diese Marke, die wir jetzt schon mal gerejected worden sind, 1932, wären wirklich Ziele zwischen 2050 und 2120 US-Dollar möglich, aber wie gesagt, ein bisschen vorsichtig, auch hier würde ich jetzt nicht mehr meinen Arsch darauf verwetten, dass wir jetzt hier eine Long starten, also Long sowieso nicht, Short spricht momentan zu wenig dafür, außer dieser erhöhte RSI, deswegen hoffe ich auch weiterhin hier erstmal noch auf so eine kleine Korrektur und interessanterweise haben wir ja gestern auch im Video drüber gesprochen, okay, wir haben hier so die Möglichkeit, dass wir hier ein Inverse Head & Shoulders gebildet haben mit perfekten Retests, also wir hatten ja dann hier die Ineffizienz, die hat er komplett durchballert, preistechnisches Ziel, können wir uns auch mal ganz kurz anschauen, weil das haben wir uns noch nicht dazu angeguckt, schauen uns das an, preistechnisches Ziel wurde erreicht, deswegen wäre es jetzt der nächste Step, im Endeffekt diese Range hier einfach nochmal zu testen, das heißt diesen Bereich 1800 bis 1770, 1760 rum, einfach nochmal zu retesten, bestätigen und von hier aus dann ein neues Hoch und dann Richtung 2100 US-Dollar, also eine Korrektur wäre wirklich meines Erachtens nach einfach besser, jetzt in der Phase, um einfach nicht zu viel zu liquidieren, beziehungsweise einfach um den Retest auch nachhaltig zu gestalten und ihr seht auch hier, PsyRange liegt genau eben da, wo unsere Zielmarke dann auch ist, die nächsten Stunden beziehungsweise Tage, also spricht schon mehr für eine Korrektur als für einen weiteren Pump, aber man weiß nie, Bitcoin hat auch gestern keinen Halt gemacht, ich möchte jetzt hier auch einen Quatsch zu sagen, aber einfach vorsichtig sein, shorten sowieso nicht, long warte ich weiterhin auf die Korrektur meinerseits. Gut, damit würde ich sagen, war es das von meiner Seite das erste Mal, ich würde sagen, gerne ein Like da lassen, ein Abo da lassen, Telegram Talk und Signal Gruppe join, wenn ihr Bock drauf habt und gerne jetzt eure Altcoin-Wünsche mal unten in die Kommentare reinschreiben, ich werde jetzt wieder anfangen Altcoin-Videos zu machen, ich weiß, ich habe es letzte Woche schon gesagt, aber jetzt haben wir endlich mal ein bisschen mehr Bewegung und dann war es das von mir, ich wünsche euch einen schönen Tag, kommt gut durch den Tag, einen erfolgreichen Tag, wir hören uns vielleicht dann heute Abend wieder, bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay quick.